Lutscher, Baller, Baller! Lutscher, ganz kurz ne Frage. Am Wochenende gegen Gladbach, wie wollt ihr da spielen? Ja klar, wollen wir drei Punkte mit nach Hause bringen. Siege sind ja bekanntlich das beste Mittel, um zu gewinnen. Chancen stehen halt 50-50 für beide Mannschaften. Das ist noch für niemanden die halbe Miete. Muss mal gucken, dass wir, wie gesagt, die Abwehr auseinander nehmen. Und das ist halt schwierig, weil, wer hinten so offen ist, kann ja nicht ganz dicht sein. Müssen wir halt ein, zwei, drei Dinger oben in den Wille reinballern und gut ist. Danke. Ja. 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 Vielen Dank.